Hey Leute, herzlich willkommen bei den DJ Bros. Letztes Mal Checkpoint DJ, jetzt Mixcon München in der BMW-Welt. Auch wenn es auf den ersten Blick recht klein aussieht, hier gibt es einige coole Aussteller und wir haben einige ziemlich coole Interviews mit verschiedenen Firmen und verschiedenen Herstellern geführt. Um das mal kurz anzuteasern, Denon Prime 4, Technics 1210 Mark 7 und Reloob RP8000 Mark 2. Einige coole Produkte, die wir natürlich für euch reviewen werden. Wenn ihr also interessiert seid, abonniert unsere Seiten und unsere Social Media Handles. Bleibt dran und viel Spaß! Bis zum nächsten Mal!